Du bist die Autobahnpolizei mit deinem eigenen Avatar und du entscheidest, Mann oder Frau, blond oder braun, sogar die Gesichtszüge kannst du individuell anpassen. Das ist dein Hauptquartier, die Polizeiwache, komplett ausmodelliert und komplett begehbar. Abhängig von der Tageszeit gehen die Mitarbeiter der Wache ihren Aufgaben nach. Das ist dein Fuhrpark. Ob Van, Polizei oder Zivilfahrzeug. Für jede Situation der passende Wagen. Natürlich alles originalgetreu bis ins Detail. Verkehrskontrollen oder Verfolgungsjagd löse viele spannende Missionen. Oder du wechselst ins freie Spiel. Erkunde auf eigene Faust das Leben bei der Autobahnpolizei. Und wenn du deine Missionen erfolgreich löst, machst du Karriere. Sofort ergeben sich viele neue, spannende Möglichkeiten für dich. Jetzt bist du dran. Starte deine Karriere als Autobahnpolizist und löse die Missionen. Autobahnpolizei Simulator 2 von Aerosoft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017